Die Malta Football Association ist der Maltesische Fußballverband. Der Fußballverband Maltas wurde bereits 1900 gegründet, doch trat man erst 1959 der FIFA und ein Jahr später der UEFA bei. Seit 1972 nimmt die Maltesische Fußball-Nationalmannschaft an offiziellen Länderspielen teil. Seit 1974 spielt Malta regelmäßig in der EM- und WM-Qualifikation mit. Der Verband kümmert sich um die Organisation der Maltesischen Fußballliga, der Maltes Premier League und um die Frauennationalmannschaft. Des Weiteren verwaltet der Verband alle Jugendnationalmannschaften sowie die Maltesische Fußball-Nationalmannschaft. UEFA Fünfjahreswertung Platzierung in der UEFA Fünfjahreswertung Die Kürzel CL und L hinter den Länderkoeffizienten geben die Anzahl der Vertreter in der Saison 2015 Sechzehntel der Champions League bzw. Der Europa League an 45 Litauen Litauen Koeffizient 4500 CL 1 L 46 Lettland Lettland Koeffizient 4250 CL 1 L 47 Malta Malta Koeffizient 4208 CL 1 L Estland Estland Koeffizient 3500 CL 1 L 49 Fahör-Fahör Koeffizient 3500 CL 1 L Dritte Stand Siehe auch Maltesische Fußball-Nationalmannschaft Maltesische Fußball-Nationalmannschaft Maltesische Fußball-Nationalmannschaft der Frauen Maltes Premier League Maltesischer Fußballpokal Maltesischer Fußball-Zupok ab